ja hallo freunde und mit sternkrieger willkommen zu einem neuen let's play mit mir Octavian von Octavs Gameplay und wir sind hier wieder auf Hutter und wir widmen uns jetzt der Auktion und ich schalte wieder den display wieder ein und wir nehmen eine kurze taxifahrt ja ich weiß also halt die klappe ja und vor allem nicht zu langer zeit waren wie ich hier mal kleine jäger und arm unserer quest hier gemacht ja und man wird mit von auf level zu level größer und wir fahren jetzt zu der Auktion hier durch Hutter wo wir schon mal gefahren sind da kommen erinnerungen freunde ja 32 und wir sind auf level 12 herunter gestuft von mir sieht ja ich erkennt dass er wegen der synchronisation my goodness herunterstufen und die roboter die haben uns auch in ruhe gelassen jagd und wir kommen gleich an und dort müssen wir hin hier sind unterhand phase da müssen wir hier rein wir steigen natürlich aus und wir gehen jetzt ein paar Schritte hier durch und ja wie gesagt es soll niemand überleben na und jetzt sind wir hier mal sehen wie lange ich doch den schub habe für den ja noch 30 minuten also noch eine halbe stunde jetzt sind wir da bei der auktion und nebenan den gespräch teil die auktion ist vorbei ja ich habe ihn mal früher mit grota verwechselt der kalisch der uns die anweisung gegeben hat für ja für den nächsten wo wir den guter verlassen hatten da war er der die anweisung gegeben hat aber ich habe den immer mit grota verwechselt natürlich ist das nicht grota alle kalisch sehen sich ziemlich ähnlich und deswegen habe ich den auch verwechselt er hatte auch ziemlich ähnliche klamotten so jetzt reden wir mit dem hacker start talking how'd you get this list some guy said he was a mandalorian he got me the codes to break in said i could sell the names and make a fortune i want a name i never met the guy i got contacted via holo he kept his face hidden and disguised his voice he said targets assigned to tarot blood were off limits maybe he has money on this blood guy winning or tarot blood gave this slice of the list hm mal wieder tarot wie unerwartet du bist tot tja verräter verdienen den tod so einfach ist das ja ja die geschichte wurde auch geändert ein bisschen also dieses bonus na hier sollte eigentlich 17 leute getötet werden jetzt sind es nur noch 10 ja deswegen sagte ich ja manche sachen sind sie ja leicht geworden ja ja dann haben wir alle erledigt wie ihr sieht und wir steigen denn der nächste auch in der vermächtigen stufe ihr seht hier ne wir steigen zu level 1 ist ja wahnsinn ok wir nehmen nun den gleiter und fahren zu juda denn es ist nicht so wahnsinnig weit und da können wir mit juda sprechen na das wollen wir mal sehen ja jetzt haben die uns erfasst aber ist mir auch wurscht denn die tun uns sowieso nichts können uns nichts tun dafür freunde werden wir oha sechs punkte das ist nicht gerade viel dass wir hier kriegen für den gespräch ja aber wir sind schon sehr weit über den level hinaus indem man diese mission macht normalerweise macht man das mit level 24 wir sind schon 32 also 8 level über so und zwölf level über den planeten level na und wir gehen jetzt zu juda und sprechen hier und uns viel noch 48.000 90 153.000 oder wenn noch eine menge also da müsste man ja schon was machen ein heroik und dann hätten wir level 33 ja level 33 ist schon für tatooine eigentlich so wir reden jetzt mit juda und nehmen noch einmal abschied von den fetten hutten von nemro den hier sieht go little hunter make glory von nemro ok bye bye nemro auf nie mehr wiedersehen zumal ist das nicht für diesen charakter ja alles im tot ja alles im tot ok dann müssen wir wieder nach thromumkas und das werden wir in der nächsten folge machen und dann wieder mit dem ja mit dem jagdmeister assistenten weg sprechen also wir sehen uns in der nächsten folge auf thromundkas freunde bis dahin wünsche ich euch einen schönen tag ich bin octavia rockers team play und wir sehen uns demnächst wieder bis dahin freunde tschau tschau und möglich macht mit euch sein